Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Alex Düsseldorf-Fischer und hier bist du richtig, wenn du dich für Immobilien, Finanzen, Unternehmertum oder finanzielle Freiheit interessierst. Ob dir die Inhalte gefallen, diese Entscheidung überlasse ich dir. Ich kann dir jedoch sagen, dass hinter den Videos, die hier zur Verfügung gestellt werden, über 20 Jahre Erfahrung stecken. Über 2000 angekaufte, aufbereitete und wiederverkaufte Wohnungen und ein privater Immobilienbestand von über 15.000 Quadratmetern in und um Düsseldorf. Das hört sich jetzt vielleicht cool an, wenn du wüsstest, was ich auf die Fresse gekriegt habe. Die ersten 5 Jahre habe ich eigentlich nur Rückschläge gehabt. Dann habe ich mich 10 Jahre so durchgebissen und letztendlich seit 5 Jahren weiß ich, wie sich Immobilien Champions League anfühlt. Ich muss aber ehrlich eingestehen, ich habe das nicht allein geschafft, sondern ich hatte natürlich Hilfe. Ich hatte Hilfe von über 29 sehr erfolgreichen Immobilienunternehmern, die im Durchschnitt eine Immobilienerfahrung von 27,5 Jahren hatten. Ich habe das alles mal zusammengerechnet. Die haben also insgesamt eine Erfahrung von 800 Jahren Immobilien und ich habe das aus denen rausgequetscht und rausgekitzelt, dieses ganze Wissen. Und all dies verarbeite ich hier in meinen Videos. Also sprich, das Destillat aus 800 Jahren Erfahrung plus meine 20 Jahre findest du hier auf diesem YouTube-Kanal. So und ich weiß noch genau, ich habe mir 1998 damals, als es eben nicht so toll lief, mir geschworen, boah, wenn ich es jemals schaffen sollte, selber Experte zu werden. Und wenn ich jemals dahin komme, wo diese Leute sind, die mich da momentan coachen, dann werde ich all das Wissen, das ich dann irgendwann haben werde, genauso freibegiebig und offen weitergeben wie die Leute, wie sie es damals getan haben. Und dieses Versprechen löse ich hier mit diesem Kanal und auch mit meiner Webseite und meiner Immobilienakademie jetzt ein. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal weiter empfiehlst. Ich veröffentliche hier mehrmals pro Woche sehr wichtige Infos zu den Themen Finanzen, Immobilien, Unternehmertum und ganz wichtig Lebensunternehmertum. Denn jeder ist auch der Unternehmer seines Lebens und jeder braucht gewisse unternehmerische Grundlagen. Wie vermarkte ich mich als Person, egal ob angestellt oder nicht? Wie treffe ich Leute? Wie schließe ich Kontakte? Wie baue ich Beziehungen auf? All das ist Thema diesen Kanals. Deswegen ganz wichtig, abonniere diesen Kanal. Abonniere ihn, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Also viel Spaß mit diesem Kanal und schön abonnieren. Bis dann. Ciao, ciao. Dein Alex Fischer.